Hallo, mein Name ist Katharina Brunauer-Lena und ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Ihr hört Anruf bei Simon Messner, das Podcast-Format, in dem ich mit unserem Kolumnisten Simon Messner über sein Leben zwischen Bergbauernhof und Bergsteigen spreche. Heute geht es um seine erfolgreiche Expedition auf einen noch unbestiegenen Siebentausender in Pakistan und darum, wie die nahe Zukunft des Alpinismus aussehen könnte. Rufen wir ihn doch gleich mal an. Hallo. Hi Simon. Hallo Katharina. Du, was passiert gerade am Hof bei euch? Du, heute und gestern, beziehungsweise seit gestern, regnet es ziemlich stark bei uns. Es sind drei Genua-Diefs in Folge sozusagen, die uns treffen und da kommt sehr viel Niederschlag. Das heißt, alles mal sehr ruhig. Und wir versuchen höchstens die großen Wassermengen, um den Stall zu leiten, dass es nicht rein drin ist, aber sonst ganz ruhig. Ah, okay, okay. Du, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie du es schaffst, dir Zeit für Expeditionen zu nehmen. Das kann man in der letzten Folge gerne nachhören. Dann, diesmal reden wir über deine heurige Expedition selbst. Erzähl nochmal, wo warst du und mit wem? Sehr gern, genau. Also, ich habe ja geschrieben in der letzten Kolumne ein bisschen, was wir während dieser Expedition erlebt haben. Ich war mit Martin Sieberer, einem langjährigen Freund aus Nordtirol unterwegs und wir waren im Karakorum. Das liegt in Pakistan, ganz im Norden. Aber wir waren im südlichen Karakorum unterwegs und das war auch was Neues für uns. Wir sind von einem Dorf gestartet, das nennt sich Husche, ein wunderschönes Dorf. Also, wirklich, muss ich sagen, habe ich vorher so nicht mehr erhofft, weil die Dörfer doch eher triste sind im Karakorum. Also, sehr hochgelegen normalerweise, sehr, ja, es gibt nur Steine im Grund, weil sie so hoch liegen. Aber Husche ist ganz anders, liegt tiefer, ist sehr, sehr grün und dort sind wir gestartet und haben ein Seitental genommen, das an die letzte Expedition 1981 besucht hat. Also, wirklich eine Zeit lang her und wir waren ganz allein. Genau das, was wir gesucht haben und sind sehr happy. Und ihr habt es ja zum Gipfel geschafft, ein unbestiegener 7000er, ihr seid somit Teil der Alpingeschichte, kann man sagen. Gratuliere nochmal. Danke, danke. Wie war das Gefühl, dann am Gipfel zu stehen? Ich muss ein bisschen ausholen vielleicht. Also, wir hatten in den Tagen davor sehr schlechtes Wetter und wir waren eher skeptisch, ob das klingen würde. Und dann haben wir den Wetterbericht aus Europa erhalten und der hat ganz klar gesagt, wir haben, ja, dreieinhalb Tage schönes Wetter. Und das war das einzige Fenster, das wir hatten während dieser Expedition und das wollten wir natürlich nutzen. Aber wir wussten, dass wir sehr schnell sein müssten, also in drei Tagen, sozusagen 3000 Höhenmeter zu durchwandern, also zu durchsteigen und eine sehr lange Distanz, also fast 20 Kilometer Distanz, eine unglaublich lange Route. Da waren wir skeptisch, ob sich das ausgeht. Aber wir haben es irgendwie geschafft, ich weiß bis heute nicht wie und ich glaube, der Martin auch nicht. Das ist immer noch ein Rätsel, wie wir uns da hinaufgeschoben haben gegenseitig, geprügelt sozusagen. Aber wir haben es geschafft. Aber die Gefühls, sagen wir mal, am Gipfel habe ich nicht diesen großen Gefühlsausbruch erlebt, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte oder mir vorgestellt hatte. Sondern es war schon sehr intensiv, es war einfach ein kleines Plateau, das ging nicht weiter und das war eine große Erleichterung, würde ich sagen. Weil wir so müde waren, dass wir einfach sehr froh waren, nicht mehr weitergehen zu müssen. Aber die große Euphorie kam nicht auf, die kam erst an Tage, wenn nicht Wochen verspätet. Okay, okay. Die allermeisten Menschen haben ja persönlich nichts mit dem Höhenbergsteigen zu tun. Ich auch nicht. Und in was für einer Landschaft bewegt man sich dort? Wie kann man sich das vorstellen? Sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Im unteren Teil mussten wir zwei große Gletscherbäckchen durchqueren, also eher wandern auf Schnee. Zu Beginn hat er noch recht gut getragen, der Schnee, es wäre gut zu gehen. Aber ab dem zweiten Tag sind wir dann doch auch bis zur Hüfte teilweise eingesunken, also sehr viel Triebschnee. Das hat das Ganze sehr, sehr anstrengend gemacht. Aber dann gerade in der abüberen Hälfte, also ab dem Lager 2, war es einfach eine kleine Traumlandschaft. Also wir sind zwischen Triebschnee und Spalten, zwischen Eisbrüchen durchgestiegen. Und es war wirklich eine beinahe entrückte Welt. Wir haben uns sehr entrückt gefühlt, sehr weit weg und doch irgendwie gefangen in dieser Fabelwelt. Wie kann man sich das forschen? Ist das alles weiß oder hat man da so Schattierungen von weiß? Sind da Steine, Felsen? Also wie gibt sich das für die Farbe? Ja, eine gute Frage im Grund. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ich muss sagen, vom letzten Tag haben wir nicht, also hat meine Erinnerung gewisse Lücken, weil wir uns, glaube ich, haben uns einfach zu verausgabt. Aber mir ist in Erinnerung geblieben, dass wenn wir Eis gefunden haben, vor allem bei großen Spalten oder bei Eisabbrüchen, das hat richtig bläulich durch Kies geschimmert und man konnte ahnen, wie alt dieses Eis sein muss. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist diese starke Hitze, die wir hatten. Vor allem untertags, würde man sich gar nicht vorstellen, in der großen Höhe, aber vor allem untertags, wenn die Sonne, es ist eine Südwand, muss ich dazu sagen, wenn da die Sonne hineinbrennt, dann hat es auch mal 40 und mehr Grad. Und das war vielleicht die größte Challenge. Also im Zelt liegen, in der Sauna sozusagen, mit Kopfweh, das zu ertragen, das war wirklich die größte Herausforderung, weil es war wärmer als gedacht. Ja, es ist ja auch körperlich irgendwie kaum vorstellbar, vor allem wenn wir jetzt so in Wien oder wie du in Juwal, wenn wir da sitzen in unserem Zuhause, was das dann mit dem Körper macht, oder? Also dein Taufbate, das ist ja der Höhenmediziner Oswald Oelz, hat gesagt, Höhenbergsteigen ist das Spiel der Leiden. Was hat er damit gemeint und wie hast du das persönlich erlebt? Das ist ein Ausspruch, den ich absolut unterschreiben kann oder auch unterschreiben würde. Also es stimmt, Oswald Oelz, mein Taufbate, hat in jungen Jahren oder in relativ jungen Jahren schon gemeint, Höhenbergsteigen sei eben das Spiel der Leiden. Und da hat er absolut recht. So kann man es sich auch vorstellen. Also das spricht am Berg, also in der Höhe, ist es selten Spaß. Auch das Warten macht nicht Spaß. Man fühlt sich nicht unbedingt gut. Man hat das Gefühl, als wäre man leicht kränklich, verschnupft. Man hat keinen Appetit. Also man muss sich zwingen zu essen, muss sich auch zwingen, gewisse Handgriffe zu tun, wie zum Beispiel Schnee zu schmelzen. Auch das muss man wissen. Nur wenn man Schnee schmilzt, hat man überhaupt Flüssigkeit zum Trinken. Das heißt, es ist alles sehr anstrengend da oben und man braucht sehr viel Disziplin und Willensstärke und vor allem eben Willensstärke, auch wenn man geht. Es ist ein, ja, sich dauernd wieder, sozusagen da hinauf prügeln wollen. Also tausend Höhenmeter in dieser Höhe an einem Tag zu gehen. Man muss sich vorstellen, man macht zehn Schritte maximal, muss rasten, 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 macht wieder fünf Schritte, rastet und so geht es sozusagen den Tag dahin. Und das ist wirklich ein Leiden. Also wenn man gut leiden kann, wenn man einen guten, starken Kopf hat, dann tut man sich in der Höhe relativ leicht, glaube ich, sonst nicht. Leidet man dann im normalen Leben weniger, wenn man das mal erlebt hat? Das kann sein. Also ich denke, dass man durchs Bergsteigen generell, aber in der Höhe natürlich nochmal mehr, auch Seiten an sich lernt, kennenlernt, die man dann im normalen Leben vielleicht akzeptiert und die man gar nicht mehr so schlimm empfindet. Das betrifft vielleicht auch das Warten können. Ich habe im Gebirge vor allem das Warten gelernt. Das konnte ich früher überhaupt nicht. Also ich hätte mich daran beschäftigen müssen. Aber eben durchs Bergsteigen habe ich das gelernt, man einfach einen Nachmittag dort zu sitzen und nur mit sich allein zurecht zu kommen. Das ist recht gesund ab und zu. Ich zitiere kurz aus deiner Kolumne. Da schreibst du, insgeheim wussten wir, wenn einer die Umkehr erwogen hätte, wäre sie beschlossene Sache gewesen. Und da habe ich mich gefragt, hängt so ein Vorhaben eigentlich immer so am seidenen Faden? Das trifft sehr gut. Also ich glaube, gerade so kleine Expeditionen, und wir waren ja eine sehr, sehr kleine Expedition, im Grunde nur mit zwei Teilnehmern, das ist ein sehr seidener Faden, weil das braucht nicht viel. Hätten wir, zum Beispiel, wären wir zwei Stunden später aufgebrochen, am Gipfeltag, wären wir in dieses schlechte Wetter gekommen und hätten umdrehen müssen. Das heißt, es wäre dann der Gipfelerfolg nicht gekommen wahrscheinlich. Und gerade bei kleinen Expeditionen trifft es zu. Es ist alles möglich, nichts ist gewiss sozusagen. Und deswegen sind wir doppelt froh einfach, dass wir das genau richtig geplant haben. Und wir hatten zum Beispiel am Berg auch kein Seil dabei. Nicht, weil wir es nicht gern gehabt hätten, wir hätten es sehr gern benutzt, vor allem am Gletscher. Da waren doch viele Spalten. Aber im Nachhinein gesagt, hätten wir dieses Seil mitgenommen. Das wiegt nur zweieinhalb, drei Kilo. Hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Also sprich, diese zweieinhalb, drei Kilo wären schon zu viel gewesen für einen Gipfeltag an Gewicht. Und so in diesem... Ach so, ja, okay. Natürlich wäre es super gewesen, ein Seil zu haben, auch zum Abseilen. Die letzten 700 Meter sind sehr, sehr steil. Eisig auch gewesen. Aber wir hatten es nicht dabei. Und ja, wir haben es vielleicht auch deswegen machen können. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man da zu zweit, so mehrere Tage unterwegs ist, gibt es dann immer so Phasen, wo der eine irgendwie sagt, oder wo es für den einen schwieriger ist und der andere motiviert ihn dann? Oder hat man da mal Phasen, da redet man dann irgendwie über Gott und die Welt? Und dann hat man wieder mal Phasen des Schweigens. Also wie ist da so das Zwischenmenschliche? Genauso wie du es beschrieben hast. Im Grunde ist alles möglich. Natürlich hat man auch Sorgen, die kann man zusammenteilen, aber auch wird hat einer größere Sorgen und die bespricht man dann. Finde ich aber sehr, sehr wichtig, weil man durch dieses Besprechen der Sorgen und der Gedanken den Berg erst zu verstehen beginnt. Das heißt, wenn man gewisse Bedenken anspricht, dann werden diese Bedenken auch dem anderen klar und dann kann man die diskutieren und eine Lösung finden, sagen wir mal. Aber ich glaube, das können wir beide sehr gut und das hilft. Der Martin und auch ich, wir sind beide sehr gerne auch für uns alleine mal. Das heißt, wir brauchen nicht dauernd Unterhaltung und das ist vor allem in der Höhe einfach sehr angenehm. Und trotzdem, wenn es Unterhaltung braucht oder wenn wir ausgelassen sind, dann wird auch mal gekartet oder in dein Spiel gespielt oder geratscht. Natürlich gehört alles dazu. Und hast du dir vielleicht manchmal auch gedacht, das teile ich jetzt nicht, weil das wird irgendwie die Stimmung schlechter machen oder uns von unserem Vorhaben abhalten? Gibt es da auch solche Gedanken, wo man sagt, nein, ich behalte es jetzt lieber für mich, weil ich merke quasi nicht, dem anderen geht es nicht gut gerade oder kann das irgendwie nicht aushalten, wenn ich das sage? Sicher, sicher. Und ein gutes Beispiel, also das gab es natürlich auch, gibt es bei jeder Expedition. Ein ganz gutes Beispiel ist, am letzten Tag sind wir sehr früh schon gestartet, weil wir einfach nicht schlafen konnten. Wir sind dann auf 6200 Meter im Zelt gelegen und haben uns nur umgedreht sozusagen und sind früh gestartet. Und für uns beide, glaube ich, schon nach den ersten Schritten war uns bewusst, es wird ein sehr langer Tag. Es war sehr anstrengend zu gehen, schon wirklich vom Zelt startend, konnten wir nicht mehr als zehn Schritte machen, weil wir zu schnell in die Höhe aufgestiegen waren. Das wussten wir ja auch. Aber es half nichts. Entweder wir haben dieses Wetterfenster genutzt oder wir hätten es eben nicht genutzt. Und da lag es schon auf der Hand. Ich glaube, für beide, dass, also ich wollte es schon in der ersten halben Stunde ansprechen, Martin, ganz viel Sinn macht es nicht, was wir da tun, weil man, der Weg ist ja noch wahnsinnig lang. Und von meiner Kondition, von meinem inneren Gefühl schaffen wir es einfach nicht. Und interessanterweise hat der Martin genau gleich gedacht. Nur, es hat keiner ausgesprochen. Das heißt, das ist so ein, weil wir es nicht ausgesprochen haben, und ich bin mir sicher, wir werden sofort umgedreht, weil wir es eben nicht angesprochen haben, gingen wir immer weiter bis zum Gipfel. Ja, es war ganz witzig. Und ich erinnere mich auch, wir sind vielleicht eine knappe Stunde sogar am Wandfuß gesessen, von dieser Abschlusswand, haben da hinaufgeschaut und beide gedacht, oje, wo sind wir da gelandet ohne Seil? Der ist jetzt auch noch klettern. Aber eben wieder, wir haben nicht, keiner von uns hat in den Mund genommen die Frage, ja, was ist, wenn wir jetzt umdrehen? Haben wir einfach nicht. Und so ist irgendwann einer aufgestanden und weitergegangen und der andere ging nach und bis zum Gipfel. Und vielleicht, aber vielleicht zählt das auch zu einer guten Seilschaft, die sich ergänzt, die sozusagen auch ahnt, was der andere denkt. Und da hilft es vielleicht auch, wie du vorher gesagt hast, gewisse Dinge gar nicht anzusprechen, wie eine mögliche Umkehr. Ja, man kennt es ja auch aus anderen, Beziehungen im Leben, oder? Manchmal weiß man, was man jetzt sagen kann und was man lieber für sich behältet. Und vielleicht gerade in den Bergen... Ich dachte später sagt, oder so. Stimmt. Und vielleicht gerade in den Bergen ist es nochmal, also so eine Beziehung, die schweißt natürlich schon sehr zusammen und von dem lebt das Bergsteigen auch. Also wenn ich einen Tipp mitgeben kann, wenn ich es überhaupt kann, dann diesen Tipp, dass eben eine Seilschaft ist so viel wert, eine eingespielte Seilschaft, wo beide eine ähnliche Vorstellung haben von dem, was sie machen wollen und die auch dem anderen den Erfolg vergönnen, sozusagen, ist es nicht immer der Fall, dann ist es etwas vom Schönsten, das es gibt beim Bergsteigen. Ihr wart ja auch, du hast gesagt, ohne Seil, ihr wart ohne Träger, ihr wart ohne Hochlager auf einem einsamen Berg unterwegs. Wenn man jetzt so die aktuellen Diskussionen rund um die Achttausender anschaut, also Rekordjagden, Todesfälle und so weiter, hat ja auch alles eine breite mediale Aufmerksamkeit mittlerweile. Was denkst du, wohin wird, beziehungsweise wohin soll sich der Alpinismus in Zukunft entwickeln? Also ich habe durch unsere Filme, ich habe ja zeitlang Filme gemacht, sehr viel sehen können. Ich habe das Everest-Basislager gesehen, ich habe auch das K2-Basislager gesehen. Ich habe sehen können, was wirklich dort passiert ist. Ich denke, man muss es fast sehen, um das zu begreifen oder auch nicht zu begreifen. Also Everest-Basislager sind ja in der Saison um die 6.000 Leute. Es ist eine kleine Stadt, es gibt ein Internetcafé, es gibt sehr viel Luxus mittlerweile, also sehr aufwendig, teurer, geheizte Zelte. Dass es sowas gibt, kann ich mir heute vorstellen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in diese Richtung. Alles, was möglich ist, wird versucht oder auch gemacht. Aber es schneidet sich absolut mit meinen Wertevorstellungen. Weil, und da bin ich sicher nicht allein, wenn ich ins Gebirge gehe, dann tue ich es vor allem für mich und dann gehe ich ja dorthin, um dieser Gesellschaft, um unserem abgesicherten Leben für einen Tag wenigstens zu empfliehen. Also ich suche in gewisser Weise das karge Leben und die Anstrengung. Und das schneidet sich in meiner Vorstellung. Also ich verstehe nicht, ich kann nicht verstehen, wieso Leute in der Gruppe dorthin gehen, um einen Berg zu besteigen, den sie selbst gar nicht besteigen könnten, weil sie den Weg nicht finden würden, weil sie legitim ist. Aber in meinem Kopf passt es einfach nicht zusammen, wieso man das macht. Aber, auch wie du angesprochen hast, man kann das immer noch medial sehr gut verkaufen. Wenn man heute in den Everest besteigt, dann wird selten gefragt, wie man das gemacht hat, sondern nur das. Und das gilt immer noch als absolutes High-End-Produkt des Bergsteigens, wenn man eben auf dem höchsten Gipfel stand, obwohl es sich heute in der Kletterszene ganz eindeutig gewandelt hat. Also die Szene weiß ganz genau, dass eigentlich der Everest nicht mehr die große Herausforderung ist. Nicht die, die es einmal war, aber ich denke, der Trend wird noch ein paar Jahre in diese Richtung weitergehen. in der großen Masse. Aber ich sehe bei den Jungen, und das freut mich sehr, dass die jungen, starken Alpinisten, die kennt man heute beinahe nicht mehr, die wirklich starken, die haben entschieden, denke ich, für sich, sie wollen für sich klettern und versuchen gar nicht erst in die Öffentlichkeit zu drängen. Das heißt, die guten Sachen, die werden gemacht, die werden geklettert, nur hört man außerhalb der Szene nicht viel davon. Ja, es ist auch interessant, gerade nach dem Unglück am K2 jetzt, aber auch grundsätzlich diese Diskussion mit den Rekorden und so. Da ist es ja schon auch in die mediale Öffentlichkeit gerückt, diese Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das noch okay ist, wenn man so mit den Bergen umgeht. Und da spielt ja auch viel herein mit der lokalen Bevölkerung und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst aber nicht den Trend, dass das vielleicht irgendwie ausgelöst wird, dass das in nächster Zeit hinterfragt wird. Du denkst schon, es wird noch ein paar Jahre der Tourismus auf den Hohen Bergen weitergehen. Also was ich in den letzten Jahren, also in der Welt sozusagen, ich versuche mich immer umzuhören und zu verstehen, wie die Leute denken und so schnell wird es nicht passieren, denke ich. Es wird Zeit brauchen, aber diesen Trend, also dieses Umkehren, dieses Zurück zu weniger und dieses Zurück zu den eigenen Erfahrungen, das wird kommen. Das kommt auch von uns in den Alpen wieder, bin ich überzeugt. Nur dauert es. Es dauert vielleicht länger, als wir wollen und als uns lieb ist, weil einfach diese Maschinerie dahinter und die Möglichkeit, sich einen hohen Gipfel wie den Everest oder in K2 erkaufen zu können, das ist einfach noch viel zu stark sozusagen. Ich denke, das Umdenken wird kommen, aber es braucht noch ein bisschen. Aber hoffentlich früher als später. Ja. Ja, und im Endeffekt können sich die Leute ja keinen anderen Hohenberg kaufen. Also die können ja jetzt nicht sagen, ich kaufe mich jetzt beim Simon Messner ein, der nimmt mich für 70.000 Euro mit nach Pakistan. Das wird doch nicht tun, der Simon Messner. Bei mir wäre auch die Verantwortung viel zu hoch. Also ich würde gar nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute, die wirklich so eine Expedition buchen im Reisebüro, sagen wir mal Everest oder Maschabum oder Maschabum nicht, aber den Broadbeak zum Beispiel kann man auch buchen, ob den Leuten bewusst ist, was sie eigentlich machen. Ich glaube nicht. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, wie das verkauft wird. Wenn es so verkauft wird, dass es jeder schaffen kann, wenn er nur ein halbes Jahr davor trainiert, was heute möglich ist, dann wird es auch in Zukunft so weitergehen. Also ich gebe den Verkäufern oder den Anbietern schon auch eine gewisse Mitschuld. Weil würden diese Berge nicht angeboten, würden sie auch nicht bestiegen werden. Aber natürlich, das müssen wir auch sehen, es ist sehr, sehr viel Geld dahinter. Und natürlich für die lokale Bevölkerung ist es auch wichtig. Natürlich ist es eine große Möglichkeit für die lokale Bevölkerung. Und diesen Aspekt muss man auch sehen. Also es ist gar nicht so ein einfaches Problem. Also die Lösung ist gar nicht so einfach. Es ist fast ein Dilemma. Man kann ja nicht, aber ich wollte den Einheimischen diese Einnahmequelle auch nicht wegnehmen. Wie so vieles im Leben halt nicht schwarz-weiß. Genau, ganz genau. Sondern viele Aspekte. Aber man kann, oder wir zwar können abschließend sagen, du wirst nicht den Rekord von der Christine Harila brechen wollen auf allen 8000. Nein, absolut nicht. Da wird man dich nicht sehen. Also angesprochen auf Harila, ich bewundere das sehr von außen. Es ist eine sportliche Extremleistung, keine Frage, dass der Körper das durchhält in so kurzer Zeit. Aber natürlich, wie es passiert, ist es auch nicht besser als eine gebuchte Expedition. Es zeigt mir vor allem, was heute möglich ist mit Einsatz von Helikoptern, mit aller Technologie, die es gibt. Aber das hat ja, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre zuvor schon Nim's Day vorgemacht, ein Nepalese. In einem sehr ähnlichen Stil, wenn nicht sogar krasser. Also ich finde, ich tue mir schwer zu verstehen, wieso die Geschichte von Nim's Day so gepusht wird sozusagen und die drei Monate, in der die Dame sozusagen, die die 8000 hat bestiegen hat, wieso das eher negativ gesehen wird. Verstehe ich nicht. Es ist ziemlich das Ähnliche, ein ähnlicher Zugang und es zeigt mir nur, was heute möglich ist. Aber alpinistisch eigentlich hat das kaum Relevanz. Ja, eine kleine Theorie hätte ich natürlich schon, warum das kritischer gesehen wird bei einer Frau. Ja, das wird es sein wahrscheinlich. Aber das kann man natürlich, also beweisen kann man es ja sowieso nicht. Es liegt auf der Hand. Aber es ist halt schon oft so, dass bei Frauen so eine Rücksichtslosigkeit gegenüber manchen Dingen in der Natur und dem Möglichen ein bisschen negativer gesehen wird. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Na, da wirst du recht haben, Katharina. Das habe ich mir schon auch gedacht. Das könnte sein oder wird so sein. Und dann tut sich die Männerwelt, vor allem im Bergsteigen, oft schwer, sozusagen eine Leistung, die von Frauen kommt, anzuerkennen. Wäre ja überhaupt kein Problem. Das ist eine irre Leistung. Das Stil könnte man hinterfragen, den kann man aber auch beim Neemstar hinterfragen. Aber die Leistung ist gewaltig. Nur eben alpinistisch, wo es vor allem auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative ankommt, hat diese Sache nicht viel zu sagen. Also es ist mir relativ beiläufig, sozusagen. In unserer Podcast-Folge Nummer 46 über die Rekordjagd am K2 hat die Bergsteigerin Sabrina Filzmoser gesagt, dass diese Rekorde ja nicht mit dem Höhenbergsteigen, dem klassischen Höhenbergsteigen vergleichen. Es ist einfach eine komplett andere Sportart. Genau. Das ist wirklich, wie du sagst. Wenn jemand in so einer Speed-Expedition raufgeht oder wenn jetzt jemand ohne Träger, ohne zusätzliche Sauerstoff und so weiter darauf geht, ist es einfach was anderes. Ganz was anderes. Und wie du gesagt hast, vielleicht ist es eine eher Sport, eben auf Speed, auf Geschwindigkeit, auf einer präparierten Piste, ist eher Sport. Und Alpinismus, so wie ich es verstehe, ist eben nicht Sport. Es hat sportliche Komponenten natürlich. Es ist anstrengend. Du musst sehr fit sein. Aber der Rest ist eben das Entscheiden und trotzdem auch Schwierigkeiten klettern. Es ist mit Gefahr dahinter. Es ist eben nicht Sport. Es ist was anderes. Und vielleicht, hast du schön gesagt, kann man es gar nicht vergleichen und vielleicht soll man es auch gar nicht vergleichen. Ja, ja. Ich finde jedenfalls, es ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich könnte noch jetzt wirklich zwei Stunden mit dir darüber sprechen. Ja, es wäre total spannend. Aber sind wir gespannt, wohin es geht. Genau, genau. Und ich denke schon, also die Hoffnung ist groß, dass die nächste Generation, ich sehe es ja auch, die haben sehr großen Willen und hinauszugehen, was zu erleben. Da geht es weniger um Rekorde, sondern wirklich wieder um das Erleben. Und das ist ja eigentlich das Core, also das Herzstück des Alpinismus, etwas erleben zu können, dass es uns bleibt, dass wir es so in der Gesellschaft eben nicht erleben können. und ich glaube, es wäre schön, wenn es in diese Richtung wieder mehr ginge. Du, deine nächste Kolumne erscheint ja am 23. November im neuen Magazin. Möchtest du zum Abschluss vielleicht schon so ein bisschen verraten, um was es gehen wird, aber nicht zu viel? Natürlich, gerne, gerne, gerne. Sodass man noch gespannt bleiben kann. In der nächsten Kolumne wird es wieder ein bisschen mehr um den Hof selber gehen. Also ich kam aus Pakistan zurück und wurde da sofort sozusagen in dieses Hofleben hineingeschmissen. wieder, was sehr schön ist, was ein schöner Rahmen ist, aber schon extrem konträr zu einer Expedition, wo man ja sehr frei sein kann. Und ich kam mich zurück in dieses doch reglementierte Leben. Und ich werde darin versuchen, zu berichten, mit welchen Schwierigkeiten wir, also meine Frau und ich, zu kämpfen haben, weil die nehmen, also die reißen nicht ab, sagen wir mal, ein Hof wird auch in Zukunft, da bin ich mittlerweile recht überzeugt davon, immer eine Baustelle bleiben. Das heißt, es ist schwierig zu sagen, so, jetzt haben wir das sozusagen erledigt, jetzt passt's, das wird nicht sein, sondern es wird immer weitergehen und ich versuche eben, in der nächsten Kolumne einen kleinen Einblick zu geben. Ja, da dürfen wir schon alle gespannt sein, also für alle zum Lesen am 23. November und wir reden dann bei unserem nächsten Telefonat. Ich freue mich schon sehr auf deinen Anruf, Katharina. Freut mich. Ich freue mich auch schon sehr. Mach's gut. Ebenso. Und trotze gut dem Regen. Mach mal. Und Regen braucht es immer, deswegen wir sind recht froh, dass es Niederschlag gibt. Katharina, bis bald. Danke für den Anruf. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.